So, und jetzt will ich Sie gemeinsam mitnehmen in das, was uns im Moment am meisten bewegt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, was im Moment so die meistgestellte Frage ist, die Sie so hören. Ich kann Ihnen sagen, meine in den letzten Monaten ist immer, sagt doch mal, und zwar gar nicht immer offiziell, sondern gerne auch nach dem Ende der Veranstaltung, ihr sagt doch mal, ihr in der Cargo, ihr seid doch immer die Ersten. Früh in die Cargo, wird dann so geflüstert, sagt doch mal, wie das Geschäft weitergeht. Das ist für mich im Moment die Frage, die ich am häufigsten höre und manchmal kommt es mir wirklich so vor, als glaubten die, wir hätten die Glaskugel im Keller. Ich muss Ihnen sagen, entgegen anderslautender Gerüchte, wir haben sie nicht. Und ich weiß natürlich aus den Gesprächen mit Ihnen, unseren Kunden, dass Sie sie auch nicht im Keller haben. Aber das zeigt vielleicht ein bisschen oder am stärksten, wo wir im Moment stehen, diese Frage wird viel gestellt und das zeigt im Moment, gibt es ein hohes Maß an Unsicherheit. Und ja, wenn man sieht, wo kommen wir her, wir haben natürlich eine extrem erfolgreiche Wachstumsphase hinter uns, gerade in den letzten beiden Jahren. Und auch diese Wachstumsphase, sind wir ehrlich, war in der Form jedenfalls nicht in allen Marktsegmenten so vorhergesagt, sondern im Gegenteil, da gab es in 2015 mal das Narrativ, naja, die Globalisierung stockt, das kommt an ihr Ende, wir wissen nicht so genau, wie es weitergeht, mehr Nearshoring, 3D-Druck, Sie alle wissen, es kam ganz anders. Es kam ganz anders. Und wenn wir nicht bereit gewesen wären, zusammen diese Herausforderung anzunehmen, dann wären wir alle zusammen nicht so erfolgreich gewesen. Also, natürlich klar, aber auch nach einer solch langen Phase des Sonnenscheins fürchtet natürlich jeder den Regen. Und ich will Ihnen hier beispielhaft mal eine dieser Nachrichten zeigen, die auf dieses Klima und auf diese Fragen einen Einfluss hat. Und heute übrigens fürchte ich viel mehr als früher, weil heute jeder mit diesen kleinen elektronischen Dingern daddelt, die immer vor sich hat, Nachrichten praktisch jede Sekunde kommen und es viel gegenwärtiger ist, als es einst war. Nur der Nachrichtengehalt ist natürlich nicht besser geworden, sondern alles wird maximal auf Twitter-Format zusammengefasst. Und ein Schlagwort, das hören Sie dann und das im Zweifel verselbstständigt sich. Und wenn Sie jetzt mal sehen, hier die Prognose, JP Morgan, ja nicht gerade die kleinste, sondern die größte Bank der Welt, eine Prognose, wie geht denn der Handelsstreit aus? Da sehen Sie, ja, es gibt zwar immer noch eine Mehrheit, die für dieses Jahr von einer Einigung ausgeht, Sie sehen aber auch, wie groß die Unsicherheit ist. Waffenstillstand, also so ist es so, man weiß nicht, ist nicht gut fürs Geschäft. Und es gibt sogar zehn Prozent, die mal mit einer weiteren Eskalation rechnen. Und es gibt gerade auch in den USA auch schon die Ersten, die etwas spüren. Denn es ist nicht so, dass die beginnende Schutzzollpolitik etwa nur Gewinner zurücklässt. Natürlich ist es ein Wahlkampfversprechen des amerikanischen Präsidenten. Klar ist aber auch, wenn man sowas tut, gibt es immer Menschen, die die Zeche auch bezahlen. Da gibt es Produkte, da spielt es keine so große Rolle, da bleibt das weg. Aber wenn Sie hier mal nach den Waschmaschinenpreisen in den USA schauen, dann sehen Sie, dass das natürlich Spuren hinterlässt. Im Moment sind sie noch eher klein. Aber wenn es in eine nächste Runde ginge, würde das natürlich völlig anders aussehen. Und auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Blick, der ein bisschen zeigt, wo unsere momentane Nachrichtenlage, wo dieses Gefühl der Unsicherheit auch herkommt. Denn es ist tatsächlich so, wenn man die Indikatoren der verschiedenen Modelle anschaut, dann sind die Finanzindikatoren gerade in den USA zu einer ganz großen Mehrheit auf einen Abschwung, eine Rezession gerichtet, während der Blick auf die Volkswirtschaft das gerade nicht zeigt. Dieser Wertungswiderspruch, der da ist, der trägt zur Unsicherheit natürlich bei, zumal, das darf man nicht vergessen, die Kommunikationsstärke der Finanzern, der Finanzmärkte viel größer ist als die der Realwirtschaft. Also auch hier lohnt sich ein zweiter Blick, um zu sehen, woher kommt denn möglicherweise diese Unsicherheit, die wir hier sehen. Und Sie sehen auch, dass dieses Gefühl, was da besteht, denn mehr ist es ja im Moment tatsächlich nichts, es ist noch nichts wirklich Reales passiert, es gibt einige Indikatoren, es gibt eben das Gefühl, naja, wenn es so lang aufwärts ging, geht es vielleicht auch wieder ein Stück abwärts. Das führt dann als erstes bei einer Verunsicherung zu einem sich abkühlenden Investitionsklima. Sie alle kennen das aus Ihren Unternehmen, bei der Entscheidungen vor sich, womöglich größere Investitionen, Investitionen, über die man manchmal auch nicht ganz so sicher ist. Und dann, wenn die Unsicherheit nach vorne gefühlt größer ist, dann ist die Neigung, eine solche Investitionsentscheidung zu verschieben, jedenfalls viel größer, als sie in einem gerade aufstrebenden Markt ist. Das heißt nicht, dass man sie ganz absagt, aber in vielen Fällen, Sie werden das kennen, ach naja, wir warten mal ab, wir verschieben es einfach noch ein bisschen. Und das ist, glaube ich, im Moment das, was vielfach passiert, was man hier auch sieht. Es gibt einfach eine abwartende Haltung. Wenn Sie aber mal schauen, wie es tatsächlich aussieht, ist das eigentlich nicht gerechtfertigt, realwirtschaftlich. Schauen Sie beispielhaft auf die Investitionsquote des deutschen Staates, da sehen Sie, dass wir trotz steigender Investitionen in den letzten Jahren immer noch von der Substanz leben. Das heißt also, tatsächlich müsste stärker investiert werden. In Deutschland bestreckt das Delta, das ausgerechnet ist, ungefähr 6 Milliarden Euro. Es müsste stärker investiert werden, um wenigstens die Infrastruktur, für die der Staat zuständig ist, zu erhalten. Und glauben Sie mir, das ist Deutschland, und Sie wissen alle um unsere Baustellen hier momentan, wir tun im Vergleich zu anderen Staaten auffallend viel. In USA, in anderen Bereichen Großbritannien sieht es noch ganz anders aus. Das heißt, im Grundsatz ist es so, dass es eigentlich einen größeren Investitionsbedarf gibt. Und auch hier auf der anderen Seite, Sie kennen diese Meldungen. Gerade im letzten Jahr, während der großartigen Hochkonjunktur, aber auch jetzt, ist der Hauptengpassfaktor für viele Industrien Arbeitskräftemangel. Das heißt, wir kommen gar nicht mit den qualifizierten Arbeitskräften hinterher. Und das äußert sich selbstverständlich dann auch in steigenden Lieferzeiten. Das heißt, wenn Sie diese Indikatoren anschauen, da wird man sagen müssen, nein, eigentlich gibt es an der Stelle keine Anzeichen dafür, dass es nicht vernünftig mit einer vernünftigen wirtschaftlichen Entwicklung weitergehen kann. Es ist tatsächlich im Moment mehr die Unsicherheit. Und wenn wir dann mal von dieser Kurzfristbetrachtung zu den Faktoren schauen, die unsere Industrie eher langfristig bewegt, die eher strategisch ist, da wird man, glaube ich, jedenfalls im Moment zu einem anderen Ergebnis kommen müssen. Das Wachstum weltwirtschaftlich ist weiterhin intakt. Es ist zwar richtig, dass auch Frau Lagarde die Wachstumsprognose nochmal zurückgenommen hat, aber selbst diese zurückgenommene Wachstumsprognose geht im Moment von einem weltweiten Wirtschaftswachstum von 3,5 Prozent aus. Ja, wir waren schon bei 3,9, was unfassbar viel ist, aber 3,5 ist ja nicht nichts. Zweitens, es ist völlig klar, dass der technologische Fortschritt nicht langsamer läuft, sondern er wird in Wahrheit schneller. Warum ist das so? Der technologische Fortschritt ist natürlich sehr eng an den wissenschaftlichen Austausch global geknüpft. Und seit Kommunikation global in Echtzeit praktisch kostenlos für jeden möglich ist, hat sich das Tempo noch einmal erhöht. Sie sehen das an der Anzahl der Patentanmeldungen, die steil nach oben geht. Und das bedeutet wiederum, dass der Produktlebenszyklus immer kürzer wird, dass Innovationen für das Geschäft immer wichtiger werden. Und es ist auch klar, dass wenn das passiert, dass die Time-to-Market immer kürzer wird. Und wenn das immer passiert, dann ist vollkommen klar, dass davon das schnellste Transportmedium profitiert. Und auch bezogen auf die Weltbevölkerung ist es eben nicht so, dass das gilt, was uns hier manchmal im schon sehr lange Wohlstand lebenden Westeuropa oder auch in Nordamerika manche Glauben machen wollen, nämlich, dass es in der Welt immer elender wird, dass es den Menschen immer schlechter geht. Tatsächlich ist das Gegenteil richtig. Sie werden vielleicht die UN-Definition für absolute Armut kennen. Menschen, die über ein Einkommen, ein Grundeinkommen von weniger als zwei Dollar am Tag verfügen. Das ist für uns alle unfassbar wenig natürlich. Aber es ist auch so, dass sie, wenn sie deutlich über 4, 8, 16 Dollar am Tag zur Verfügung haben, dass sie dann bereits in der Lage sind, in Bildung ihrer Kinder zu investieren, in Gesundheitsvorsorge und auch in Konsum. Und die momentane Wahrheit ist, täglich kommen 400.000 Menschen aus dieser absoluten Armut raus. Menschen, die mehr zur Verfügung haben. Und tatsächlich ist es so, dass das steigende Weltbevölkerung, die Anzahl der extrem armen Menschen in den letzten 30 Jahren sehr stark abgenommen hat, das ist der wahre humanitäre Erfolg der Globalisierung. Und deshalb ist es auch so, dass in dieser Welt immer mehr Konsumenten am weltweiten Wirtschaftswachstum teilnehmen. Denn diese Menschen, die aus absoluter Armut rauskommen, kaufen genau so ein, wie wir alle das auch tun oder wie es unsere Eltern und Großeltern getan haben. Natürlich besorgen sie sich erstmal eine Zahnbürste und einige andere Sachen, die sie nahe bekommen. Danach aber wollen sie genau die Produkte, die wir alle auch wollen. Und natürlich werden diese Produkte so gekauft, wie wir sie auch kaufen, denn in vielen Fällen längst übers Netz. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, wo das dann herkommt. Es wird bestellt und klar ist auch, wenn ich als Konsument etwas bestelle, dann will ich es nicht in drei Monaten haben. Dann muss es viel schneller da sein. Und auch das bedingt einfach eine Vergrößerung der globalen Supply Chains. Und wenn man sich das alles zusammen mal anschaut, dann ist das auch immer der zweite Teil der Antwort, den ich auf diese Frage gebe, über die ich Ihnen anfangs erzählt habe. Ich habe keine Ahnung, wie es in sechs Monaten sein wird. Wie sollte ich? Ich kann die nächsten vier, sechs Wochen übersehen, wie viele von Ihnen auch. Das ist ja manchmal das Spannende, manchmal auch das sehr Herausfordernde in unserem Geschäft, dass es besser nicht geht. Ich habe aber eine klare Vorstellung, jedenfalls für den Moment, wie es langfristig etwa im Fünfjahrestrend weitergeht. Natürlich kann ich nicht sagen, ob es dann nicht kurzfristig einen Dip gibt. Natürlich wissen wir alle nicht, ob nicht irgendeine dieser vielen Krisen, die wir weltweit sehen, die zu unserer Verunsicherung beiträgt, ob nicht eine dieser Krisen sich auswächst und damit sowas verursacht. Wir haben es vielfach erlebt in den letzten zwei Dekaden. Ob das der 11. September war, ob das die Lehman-Crisis war, der Irakkrieg, all solche Dinge können passieren. Aber Sie wissen auch, von all diesen Dingen hat sich die Industrie, die Globalisierung erholt und hat für entsprechendes Wachstum gesorgt. Von daher gesehen, solange wir hier keine anderen Trends beobachten können, keine anderen Megatrends, würde ich zumindest persönlich davon ausgehen, dass es bei einem robusten Wachstumspfad bleibt, weil diese Indikatoren sich eben nicht plötzlich einfach umgekehrt haben und nicht plötzlich andere werden dadurch, dass bestimmte Finanzkennzahlen jetzt möglicherweise mal ins Minus drehen. Ich glaube, das ist etwas, was man bei der Gelegenheit immer im Kopf behalten muss. Und das ist genau und präzise die Herausforderung, vor der wir stehen. Es gibt im Moment gefühlt ein hohes Maß an Ungewissheit. Und das ist angesichts der Nachrichtenlage ja auch wirklich zu verstehen. Und diese Ungewissheit, die kann sehr leicht dazu führen, dass das, was wir bezogen aufs langfristige Handeln eigentlich für richtig halten, dass wir das dann eben nicht tun. Oder dass wir es verzögern und dass diese Verzögerung, die einfach bei allen Teilnehmern weltweit passiert, dass diese Verzögerungen sich natürlich gegenseitig dann bedingen und kumulieren und man dann aus der Ungewissheit heraus eigentlich durch fehlende Entscheidungen erst dafür sorgt, das Realität werden zu lassen, was man fürchtet. Ja, Sie werden vielleicht sagen, das ist Psychologie. Andererseits, in den meisten Fällen werden Abschwünge und Krisen wohl tatsächlich so ausgelöst. Und wir, wir können uns davon natürlich auch nicht abkoppeln. Natürlich können wir das nicht. Und deswegen ist immer die Frage in der Lage, was ist eigentlich unsere Antwort als Unternehmen darauf? Was macht die Lufthansa Cargo mit dieser Ausgangslage? Und wir versuchen, eine zweigestufte Antwort zu geben. Das eine ist, und das sehen Sie hier auf der linken Seite, natürlich geht es nicht ohne maximale Flexibilität und ohne rigide Kostenkontrolle. Da wir eben nicht wissen, was in drei Monaten passiert. Jawohl, wenn es schlechter wird, wenn es sich abkühlt, müssen wir in der Lage sein, sofort zu handeln. Wir haben das in der Vergangenheit oft bewiesen, dass wir dazu in der Lage sind. Wir müssen dann, das wissen Sie, ist unser großes Problem, die Kapazitätskosten, wir müssen auch in der Lage sein, die Kapazität dann möglichst schnell anzupassen, natürlich ohne unsere Kunden zu treffen, aber um bei uns die blutigsten Spuren der Bilanz zu verhindern. Ja, wir müssen weiterhin an unseren Kosten arbeiten und womöglich noch viel entschiedener als vorher, um auch da zu verhindern, dass das Delta in dem Fall, wenn der Absprung kommt, zu groß wird. Wir müssen weiterhin entschieden auf Qualität setzen, denn gerade in schwierigen Zeiten ist die Qualität für Sie als Kunden besonders wichtig. Aber es gibt auch eine andere Seite, es gibt die rechte Seite. Wenn wir in der grundsätzlichen Analyse an Wachstum glauben, dann müssen wir dafür auch etwas tun. Wir können nicht an Wachstum glauben und diese Analyse treffen und dann nicht wachsen wollen. Das kann nicht die richtige Antwort sein, dann liegen wir strategisch falsch. Wir müssen versuchen, Innovationsführer zu bleiben, denn nur wer Innovationsführer bleibt, hat vielleicht das entscheidende Argument gegenüber seinen Kunden auch in der schwierigen Phase gewählt zu werden. Und natürlich, Digitalisierung ist in aller Mund, aber es gehört für uns alle dazu, denn es ist der technische Trend der Zeit. Und deshalb, meine Damen und Herren, deshalb investieren wir im Moment bei aller Vorsicht, bei aller Kostenkontrolle, bei aller Flexibilität investieren wir für unsere Kunden, weil wir an das Geschäft und weil wir an den Markt glauben. Und deswegen werden wir allein im Jahr 2019 vier brandneue 777 bekommen, um sie noch besser bedienen zu können. Wir werden mit der Modernisierung unseres Hubs, unseres Lufthansa Cargo Centers, in diesem Jahr in der entscheidende Phase treten. Das heißt, wir werden dieses Jahr die Planung abschließen und dann bauen. Und, jawohl, wir sind in der Digitalisierung unseres Kerngeschäfts stark unterwegs, Sie wissen das. Natürlich gelingt da nicht alles, natürlich klappt nicht alles auf den ersten Blick, aber Sie sehen hier beispielhaft die großen Projekte, die wir unter Wind haben. Jawohl, unsere Booking Engine, also das Bookingsportal ist in die Jahre gekommen, und das ist das nächste große IT-Projekt, was wir uns jetzt vorgenommen haben und wo wir in den nächsten zwei Jahren, Dorothea und ihr Team, die Ablösung erreichen wollen. Jawohl, Spot Pricing versuchen wir in eine neue Ära zu führen. Wir werden das automatisieren. Ich gehe davon aus, wir werden das dieses Jahr auch sehen und das wird für uns und vielleicht auch für Sie die Industrie an der einen oder anderen Stelle verändern. Natürlich werden wir auch die Schnittstelle zu Ihnen als Kunden über APIs weiter intensivieren. Mit einzelnen Teilnehmern, mit einzelnen Kunden ist das schon sehr eng, mit anderen noch nicht. Aber natürlich ist es der Weg der Zukunft, gerade für einfache Transaktionen, für Dinge, für die es auch heute eigentlich keine Menschen braucht, wird uns das helfen, die Qualität für unsere Kunden zu verbessern und die Kosten zu minimieren. Und wir werden natürlich auch in unseren Prozessen selbst und im Handling viel mehr Digitalisierung sehen. Aber das ist kein Selbstzweck. Es ist völlig klar, das dient der Steigerung der Qualität, das dient der Verbesserung unserer Services gegenüber Ihnen, gegenüber unseren Kunden und natürlich soll es auch unsere Kostenposition verbessern. Aber, und das ist mir besonders wichtig, gerade in Zeiten der Unsicherheiten muss man an solchen Stellen vorangehen, denn hier nur zu warten, das verschlechtert die Wettbewerbsposition auf jeden Fall. Und hier ist Angst oder Verzagtheit aus unserer Sicht kein guter Ratgeber. Jawohl, wenn man einen Schritt zu weit gegangen ist, muss man danach vielleicht, wenn es ganz schlecht kommt, entschiedener korrigieren. Aber in den meisten Fällen ist es nicht so. Ich glaube, in den meisten Fällen ist es so, dass sich gerade in solchen Phasen Mut und Entschlossenheit, Dinge voranzubringen, zu investieren, auszuzahlen. Wir hoffen natürlich, dass Sie als unsere Kunden das auch so sehen und Sie das ein Stück auch gutieren. Und deswegen schließe ich hier wieder mit den zwei Begriffen, ja, Boldness. Es braucht Mut, um das zu tun. Ja, wir sind ganz sicher, dass unser Geschäft eine wachstumsstarke Zukunft hat. Und wenn wir diese beiden Antworten geben, dann geht an Investitionen, dann geht an Innovationen nichts vorbei. Und deswegen freuen wir uns so sehr, Sie heute alle hier zu haben, denn unser Tag ist genau diesen Themen gewidmet. Wir wollen Sie gemeinsam auf eine Reise mitnehmen, um zu zeigen, exemplarisch, die Welt ist viel zu groß und das an einem so kleinen Tag zu zeigen, aber zu zeigen, was ist alles los, nicht nur in unserer Industrie, sondern was ist im Umfeld los, worauf können wir uns noch freuen, was sind auch Herausforderungen, aber auch was können wir alles erreichen, wenn wir es nur gemeinsam und mit der nötigen Zuversicht angehen. Von daher gesehen schließe ich meinen Vortrag hier genau mit dieser Aussicht, nämlich, dass wir mit Mut und Entschlossenheit gemeinsam weiterhin auch diese Welt voranbringen, denn wir gehören zu denen, die Globalisierung im positiven Sinne, die diese Entwicklungen möglich machen. Wir ermöglichen gemeinsam an dieser Stelle ein Stück auch eine bessere Welt. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank.